Oh, jetzt nehmen wir Matze hier wieder, bevor er wegläuft. Nein, lasst mich, haut ab. Nein, in den Zimmer. Nein, ich bin falsch gerannt. Lasst mich in Ruhe. Du kriegst im Zimmer einige Zimmer. Ihr dummen Kinder, lasst mich. Ah, jetzt gehts wieder. Johnny hat gestern auch einen getötet, der hatte einen Haufen Gold dabei. War auch schon wahrscheinlich so ein armes Schwein. Das war auch einer. Geil. Oh, das ist genauso schlecht, Matze, ne? Wieso? Warte mal. Warte mal, was trefft denn von hier? Ey, du bist aber auch jetzt Ranger, sag mal. Ich hab ihn gleich, warte. Der Rütter ist tot. Warte, ne, noch nicht, warte. Komm der hier rein? Na klar, da schlägt die Tür kaputt. Da, guck mal, das ist schon passiert. Na klar, jetzt hast du uns die Blase auf den Hals gehetzt. Ey, ach so, ich hab ja kein... Wo ist mein Messer hin? Klagt ihn tot. Der, der macht AOE. Oh, ich... Ja, niedergeknüppelt. Oh, geil. Lebt alle noch Fluss, Bro. Matze, muss scheinen. Ja, da ist noch ein Trank, Matze. Ja, der hat ja bloß so ne verschissene Hose. Aber ja, gutes Barat. Danke, danke. 57 Amor. Und noch ne Bandage. Oh, geil. Oh, mein Leben hängt ja wirklich am Seiden und Faden, Alter. Ja, am Seiden und Faden. Ja, fast weniger noch als ein Seiden und Faden. Ui, ui, ui. Junge, da war ja gar nichts mehr. Ich hatte gar keine Anzeige mehr am Lebensball. Ne. Skelett-Champion. Hier weiter lang. Ja. Ach, du Hund. Bleispender, trink mal was oder verwickelt dich. Oh, hier ist einer. Ich hab einen gesehen. Hier ist ein Portal, Matze. Oh, Hunde. Oh, nee. Alter, ich seh schon kommen. Ach, du Scheiße. Da. Aua. 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 Das machst du. Alter. Das hat nachgegangen. Warum? Ich hab bloß eben angeklickt. Ich musste dich doch retten. Den halten wir hier. Ey, Bleispender, wenn er einmal an Fahrt ist. Mit einem Herzenschlag. Auch mal geheim. Oh, hier ist wo ein Token sitzen. Vor allem hier hinten drin. Erbarmungslos. Bleib doch stehen. Da sind Ritterschuhe drin. Ach so. Da hinten ist ein Spieler oder so. Da hinten. Echt? Das ist ein Spieler, Matze. Er guckt gleich, wenn er. Na komm, den stech mal ab. Echt, den muss ich woanders lang. Den muss ich ja hinten lang laufen. Aber mach langsam. Nicht, dass du. Nicht, dass er brachiale Fähigkeiten besitzt. Das ist ja. Ja. Da ist er. Gib ihm. Ich kann ihm die Öllampe auf den Wands schmeißen. Komm rein da. Und ihn verbrennen. Warte. Schnell. Ich hab Movement. Hä? Wo ist er denn? Hä, wie ist denn das möglich? Das weiß ich jetzt auch nicht. Hä, was ist das denn? Er hat unsichtbarkeits getrunken. Er hat unsichtbarkeitsdrank getrunken. Aber das war doch... Oh, warte, ich mach die Tür zu. Hier ist er. Hier ist er. Mach du, warte, geh weg. Achso, das bin ich, Matze. Achso, das bin ich. Sorry. Geh weg, Alter. Geh weg. Oh, geh weg. Du stimmst nicht ab. Ich glaub's nicht. Nein. Warte, ich geb dir gleich nen Trank. Nein, alles gut. Aber... Ich wollte das... Ich weiß, du warst wieder... Im Effekt... Ja, es ging wieder mit mir durch. Oh, der war aber gut ausgerüstet. Ey, aber wie ist... Wie kann er denn eine Unsichtbarkeits... Warte, ich schmeiß da ne Bandage hin. Ey, ich hab alles gut. Ich hab alles gut. Oh, hier ganz viele Spinnen, Matze. Das ist dein Raum. Oh nein, oh Mann. Pass doch mal, ey. Da kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja, ich hab deinen Namen nicht gesehen. Ich war so nah dran, weißt du. Und dann hab ich erst gesehen. Oh, was grünes. Nee, muss ich weg. Ey, aber gibt's Unsichtbarkeitsdränke? Ja klar, die weißen. Die weißen. Ach, ich dachte, das ist Movement. Nee, nee, das ist unsichtbar. Aber musst du stehen bleiben für... Deswegen konnte er sich nicht bewegen. Ja. Geht mir so gar komisches Haub da drin, hier hinten. Den lassen wir, oder? Den lassen wir, ja. Vielleicht stech ich ab. Der Hunderson. Wohlverdienter Trank. Jetzt muss ich gucken. Ach so. Ach nee. Ich bin immer irritiert, weil Move Speed oben steht. Bei den Tränken. Stimmt. Wenn du ihn trinkst, verlierst du Move Speed. Hm. Da kann irgendwo einer rumlaufen. Oh, hier unten liegt ein Schwert. Ja, hinter uns, hinter uns. Andere Tür. Schurkel. Du hast Angst. Mhm. Mach langsam Wasser. Ich habe niedergestorben. Oh. Aber du stirbst. Du musst was trinken. Der hat Gift auf dich. Oh. Ich trinke. Ich trinke. Ich trinke. Ja. Okay. Alles im grünen Bereich. Uiuiuiuiui. Mach den Mann nackig. Hier vorne war nämlich ein... Ey. Hier will einer weglaufen. Was? Wo? Ey. Lootest du mal mein Opfer nicht, Alter? Du kannst... Du kannst... Du kannst... Nee. Komm ran, wenn ich hier... Kannst jetzt. Nee. Ich bin voll jetzt. Jetzt kannst du nimm. Nimm jetzt. Aber erst mal mich schnöckern lassen. Das ist ja ein Tag auf auch so. Du alter. Hallo Tri. Wollen wir das mal probieren. Das endet mit dem Tod. Mir hat da einer eine Fackel geklaut. Ja, du kannst dich in der Mitte nehmen. Ach so. Ich habe deine geklaut, glaube ich. Ah, okay. Das ist gut. Die war eh schon halb verbraucht. Oh, hier drüben ein Schurke, ein Kleriker. Oh, kann man denn durch ein Dings gleich hier? Ja. Kommt man hier lang? Kann man die umgehen? Der hält das Ding mit dem Schild zu. Der Idiot. Er macht die Tür auf. Warte, Masse. Oh. Bin unsichtbar. Ja, ja gut. Ja, ja. Kann ich irgendwie was reinschmeißen hier? Ey, ich habe doch diesen Perk, oder nicht? Ja, aber du musst geduckt gehen, glaube ich. Ach so. Sie kommen. Kleriker ist bei dir gleich durch. Ey. Danke, Bleistpender. Das war jetzt. Oh. Oh, ich bin nur weg. Oh, eine habe ich gekriegt. Das war's. Der scheint hin zu uns noch, der Heini. Unsichtbar. Hm. Oh, den hast du auch schön die Kehle aufgeschlitzt. Mhm. Die sterben aber auch ewig nicht, ja? Oh, jetzt hat er noch. Geil. Nee, Mist, Mist, Mist. Da was willst du machen? Ja. Da in dem Gang, du kannst ja gar nicht richtig dich bewegen. Hm. Und von vorn und von hinten. Komm, stirb du Hund. Die Gifwolke, Matze. Ja. Vorsicht, dahinter ist eine Fliege und ein Stinker. Die Fliege ist oben an der Decke. Sie kommt. Oh, die hat mich natürlich wieder verkiftert. Ey, die lebt nur. Ey, wie viel hält sie denn aus? Was? Die Wolke ist das hier noch? Also. Äh, 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 äh. Ey, warum? Ich bin schon wieder halbtot, Alter. Es ist doch nicht normal. Ja, die Fliege, ne? Sie macht ja dieses Gift noch. Vor allen Dingen, sie wollte ewig nicht sterben. Hast du das gesehen? Ja, ich hab auch zwei. Ey, hier ist einer. Ein Kleriker. So. Den werden wir klärigen. Ich will auch mal zustechen. Er setzt dich hin, Matze. Warte. Er setzt dich hin. Er wollte eigentlich... Er wollte eigentlich... Er hat um sein Leben gebettelt und Bleispender... Er kennt nichts. Bleispender ist... Ich wollte mal zustechen. Mann, ich... Ich dachte mir, was macht der hier für Zauberkunststücke? Naja, das war die Verzweiflung von ihm. Der hat gesehen, hier drei Mann und da ist Schicht im Schacht. Ein Bleispender. Die ganzen Schwinden. Ey, Bleispender ist... Ey, das kann doch nicht sein. Du musst doch auch mal Rücksicht auf die Menschheit nehmen. Der hätte dich hinterwegs erstocken. Der hätte er nicht. Der war... Hier ist noch einer. Guck mal hier. Oh ja. Du hast doch Angst. Du arber. Ich kann doch nicht mit den Bogen schießen. Dann tue ich ja. Aber ist... Er kommt nicht weg. Matze, geh zurück. Geh zurück, Matze. Ja, du brate ihm eins ab. Genau so. Oh, er ist durch meinen Kift gestorben, Alter. Du bist schon wieder halb... Halb tot. Ja, das war es mir wert. Die schnappende Kiste gehabt hier drinnen. Bleispender ist gnadenlos. Gnaden und herzlos. Bleispender tötet alles. Ist egal. Hauptsache zustechen. Was ist denn hier drinnen? Ein Krautkopf hier. Ah, Feuer. Das ist gut. Cool. Was? Krautkopf? Ja, hier so ein fliegender Rosenkohl hier. Fliegender. Ey, Bleispender mach hin. Falls du noch was vom Feuer möchtest. Ach so, hier. Ich setz mich mal. Nein, hier sitzt. Das ist aus. Ne, das ist ein großes, oder? Danke. Hat nicht mehr viel geholfen. Ist egal. Ich muss ja den Bogenschützen hier oben. Da wollte ich mal mit. Jetzt sind erstmal hier die Kleinen unten. Die haben wir auch schön lang gemacht. Ohne verletzt zu werden. Das war eine 1A-Aktion. Ich mach mal hier zu. Nicht das Scherben, das sich hinterrücks anschleichen. Die Wand kommt näher. Oh ja. Schnell noch mal bisschen looten. Dann kämen wir mal weiter, hm? Der hat dich umgebracht und hat sich verpisst? Ne, ich hab ihn getötet. Ach so. Ah, okay. Aber er ist halt auf Bleispender gegangen, weil ich geblockt hab mit Schild. Jetzt kommt er hier. Er trinkt einen Trank. Es sind zwei. Es sind drei. Oh, mit Rüstung. Ja. Ja, stech ihn ab. Immer schön hier zustechen. Ach. Die müssen noch sterben. Ach, ach so. Du warst auch... Ach, du warst schon tot? Ich hab's gar nicht mitgerichtet, Alter. Ich kämpfe da mir die Seele aus. Der eine war noch nicht übel. Die waren gut gekeert, Alter. Die waren richtig gut gekeert. Sieht gut aus. Oh, hier meine Freunde. Oh, die spinnen. Oh, ey. Ich hab vier Stücke getötet und lebe noch. Und hab's Nest zerstört. Hast du Handschuhe vielleicht können? Nee, ne? So. Ein bisschen nach rechts, genau. Ich hab noch... Boah. Junge, wir sehen uns in Valhalla, Männer. Boah. Nein, Matze, mach nicht so ein bisschen. Wir würden ja gern kommen. Oh, hier, guck mal, Matze. Mhm. Oh. Oh, cool. Danke. Die dumme Wolke hier. Nur Dreck hier drin. Oh. Dings kommt. Ja, einer sollte sich jetzt vom Acker machen. Ja, mach Bleisbänder. Mach dich vom Acker. Ich geh mal raus, ja. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Ja. Und dann mehr Loot für uns. Genau. Sorry. Mehr Loot für uns. Oh, das hätte man vielleicht nochmal offen lassen können. Vorsicht, Bogenschütze. Alter. Was hält er aus? Da ist noch einer da hinten. Warte los. Oh, ich hab nen Campfire. Sehr schön. Oh, Bogenschütze. Oh, Bogenschütze. Hier. Komm. Oh, lass mal kommen. Da drüben. Geradeaus. Sehen. 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 Ja, Matze brennt. Sehen. Ach, steht in Flammen. Die Sau. Hinter uns Gegner. Hier. Hinter der Tür. Okay. Ich muss ja irgendwo mal ein Portal aufgehen. Hier ist immer. Ja, beobachtet das Ganze mal. Ja. Ja. Hier müssen wir auch da lang. Mhm. Wo der andere Seite. Ja, okay. Andere Seite. Ja. Nimm die ganzen Ringe mit. Alles fallen ja noch. Überall klitzert's. Ja. Wir müssen uns aber sputen. Mhm. Lass die Tür mal auf hinter uns, Matze. Ja. Kein Portal hier, aber. Oh. Ich hör Portale. Mhm. Neben uns. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo der Hebel ist. Oh, alter. Aber hinter uns auch noch einer. Oh. Oh, ich kratz gleich ab, Alter. Sonst baller schnell das Kämpfeuer hin, wenn du die Tür zugemacht hast. Anderes. Da kommt schon ein Ring. Warte, ich baue hier das Kämpfeuer hin. Wo ist es? Vier. Oh. Oh. Bogenschutze hinter uns. Oh. Scheiße. Bring ihn um. Okay. Komm schnell. Komm schnell zum Feuer. Ich eile. So, los. Dass der ja auch genau in dem Moment kommen musste, ne? Ja. So ein Assi. Oxy. Oxy, grüß dich. Herzlich willkommen. Schnell nach Portalen gucken, Matze. Mhm. Hier ist keins. Ah, nicht mal ein rotes, alter. Ne, wir müssen da in die Mitte, wo der Bogenschütze ist. Ja. Wenn ich wüsste, wo hier... Ah. Aua. So, jetzt bringen wir den um, den Hund. Oh, hier ist noch einer. Hm. Tot? Ich auch. Ah. Die Zeit war weg. Oh, mein schöner Loot. Oh, guck das an. Er ist so reich. Ich wär so reich gewesen. Du wirst meinen Pfeil spüren. Ey, wieso haben wir eigentlich den reichsten von uns zuerst rausgelassen? Gibt's doch gar nicht. Stimmt. Der hat eine Million auf dem Konto. Weil ihr's wolltet. Stimmt. Los, raus. Nein. Ich wollte eine Fackel werfen. Mann. Jetzt hab ich meinen Heiltrank gesoffen. Völlig nutzlos. Oh, hier vorne. Spieler. Ein Zauberer. Den Zauberer weg. Ja, ja. Muss vorsichtig sein. Für mich hat sich's schon erledigt. Ja, ist ein komischer Feuerball und dann noch das Skelett. Das Skelett. Bring ihn um. Kommt. Ja. So will ich das sehen. Der Hoang-Sohn hat mich auf dem Gewissen. Die Indizien verdichten sich. Auf den 26. Nein. 26. Ich bin weg. Drei Skelette. Alter. Ich hatte keinen Platz mehr, die Waffe zu schwingen. Entschuldigung. Die Waffe zu schwingen. Ja. Ich hab mich eingeklemmt. Aha. Hörn goes an Idioten. Ey, am 26. ist ja immer richtig sinnlos. Da bin ich gar nicht da. Am 26. bin ich bei meinen Eltern. Hast du den noch abgekriegt von ihm? Ich weiß nicht. Er hat sich so angehört, aber es sieht nicht so aus. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, Schaden hat er nicht gemacht. Gegenüber ist ein Jäger. Oh. Oh. Na, ich bin noch beschäftigt mit den Spinnen hier. Oh. 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 Oh, Mann. Oh, ich bin aber noch Spinnen. Jetzt haben die... Oh. 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 Oh, ich heine mich mal. Oh, ja, ist einer. Da sind zwei, was er hindert, hier ist noch einer. Noch mal zwei, Alter, jetzt sind wir... Oh. Oh, einen habe ich kalt gemacht. Ja, ich auch, aber dann... Jetzt wird es kritisch. Jetzt hat er mir den Heilschrein geklaut, Alter. Oh, au, 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 au. Oh, Alter, der jagt ganz schön zu. Oh, Alter, ich treffe ihn nicht, Emmich. Ist witzig. Nein, ich bin tot, Mann. Aber ich habe zwei gekillt. Oh, nee. Was für eine Metzgerei, der Stocke. Da liegen sie alle rum, Alter, scheiße. Aber wir haben... Der kann seine Leute nochmal aufheben. Ah, das war mal gut, trotzdem. Alter, wie kann der mir denn... Hier sind wir immer noch... Oh, habe ich mich erschrocken. Alter. Aber ich glaube, die kommt auch nicht hoch. Die kommt nicht hoch, nee, nee. Oh. Oh, ich habe mich aber erschrocken, Alter. Du Trottel da drin in deinem Loch. Oh, sie schnalzt mit der Zunge. Ich komme mal rein hier. Jetzt hat es den Arsch rangemacht. Ja, hier ist ein Zauberstab drin. Oh, seht ihr, irgendwas fliegt hier? Oben. Über, über die Masse. Oben links. Kommt runter. Oh, ja. Cool, kapka. Oh, ein paar mehr sogar. Boah, so viele, Alter. Warte. Komm mal. Mann. Anti-Hitbox. Das ist irgendwie scheiße. Warte, er hat sogar dreimal geblockt diesmal. Aha. Oh, hier liegt noch ein Dolch für dich. Matze? Ja. Oh, du stirbst schon wieder. Geh mal hier, hol dir erstmal den Dolch an der Ecke. Oh, ja. Geil. Winte mal. Danke. Winte. Oh, die kommen alle auf dich, Matze. Oh. Das nehm ich mal mit. Einen hab ich. Okay, ich bin hinter dir. Ach nee. Die müssen ja jetzt. Ach nee. Das bist du gar nicht. Oh. Einer ist im Togel. Einen hab ich umgebracht. Ja. Ich dachte, das war einer von euch erst. Nee, nee. Heil dich, heil dich. Oh, scheiße. Bist du schon wieder tot? Oh, mich hat ein Spike erwischt. Ja, meine Waffe ist zu schlecht, ne? Hm. Komm, jetzt ein blaues Finger. Wo? Ui, 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 ui. Nein! Drei Dinger waren einer zu viel, Alter. Das war einer zu viel. Zack, zack, zack. Ich hab sogar gehofft, dass da keins mehr kommt. Ich hab sogar gehofft, dass da keins mehr kommt.